herzlich willkommen zu einem neuen pro clubs video auf diesem kanal ja wir starten jetzt in liga 4 und hoffentlich schaffen wir den aufstieg in liga 3 seid gespannt viel spaß bei dem video lasst gerne ein like und abo da und würden uns freuen wenn ihr fleißig diesen kanal supporten würde also viel spaß mit dem video die sonne champions durchgekämpft wie ein könner digger können auch eine länder ich bin ein räuber bruder jawohl ich verstehe nicht was heute los ist ich kann das alles nicht mehr nein nächster ticket 7000 euro 7000 so muss es sein geil geil geile alter schwede wir spielen wie prime im basa gerade wie wir jetzt kommen oh wow rot nein ist ecke ich hätte dir rot gegeben einfach so danke aus Jux und Trallerei weißt du du brauchst einfach mal ne Auszeit Ronald du oh man oh nein machen wir passt schon hin krass wir gehen unter schade das sie sowas wie pyrotechnik was nicht einbauen und vieler wollten sie eigentlich machen weil die wollten auch geisterspiele einbauen wo keine fernsehörer haben sie auch nicht gemacht schlechter immer aus der blauen karte das wäre es aber nicht ich abschaffende ja wollten sie im ratmus ist ja schon abgeschafft der gaben berlin braucht die scheiße 20 jahre wahrscheinlich in berlin schauen sich die grundschullehrer dann sprach ein tagebuch an oder und denken so wie gut kann der reden wie gut nicht ja schön die lücke gesehen jungs und jetzt abschluss ja siehst du siehst die jungs kommt weiter weiter ich war mit bfc losgefahren hätte ihn geboten einfach rein da nicht lange nachdenken bruder weiter geht's jungen nein 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 oh mein gott ja wenn man denkt man hat schon alles so tiefer gesehen ja das ist als tor denkt nix so schön bist du also was ich von der frau hab ich uns fehlen beiden sind beiden nur noch eine karte stark aber noch stärker der abschluss ja dann ja woooo jm k jm 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 Ruin me! Hab's so. Wallah! Fire! Guten Nacht, Muttern. Und neun. Bro, Kina! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro! Ja. Bro, das ist das Tor des Bro-Clubs. Gute Nacht, Mama. Ohne Witz. Tschüss, Digga. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Digga. Ja, Digga, tschüss, Digga. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Digga. Digga, was geht's los? Gurren! Das sieht doch aus. Dahט! Gigga, 3!! Ich muss das von euch leiden würde. Es hat ne вас nicht geklappt. ag talked to yah. Das passiert auch. Das ist Bodendurch. Brasilien-Zustand bei denen. McGregor. Oh, Kina. Jetzt haben wir gleich einen Ausgleich. Ich liebe diesen Anlauf, das ist total geil. Jetzt schießt er drüber. Ja. Jawoll. Easy. Oh mein Gott, Rossi, was war das für ein Ball? Was war das für ein kranker Ball? Jawoll. Let's go. Starkes Tor. Spasiba. Jawoll. Jawoll. Rossi, Digga. Wir beide. So muss. So muss. Guck mal den Bizeps an, Digga. Boah, Digga. Was muss gewinnen, Alter. Boah, die tut mir so leid, ne. Ja, dir this is a nice. Eidy. Green Imposter! Gude! Wie sie sie beschmieren mit Lippenstift. Oh, mein Gott. was gibt es im jetz neuf meter genau das will ich sehen war da schon die pille von smith so kommt 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 jetzt alles mal mitnehmen ja da kurz kurz was hat er mal S Information S Information Uiuiuiuiui, Mann, die blöde Sau. Jetzt kommt Jekko. Jungs. Digga, die sind gefrustet. Digga, ich hab uns den Sieg gesafed. Digga, die sind so gefrustet. Ich hab uns den Sieg gesafed. Sehr stark, Mann, sehr stark. Geil, Daniel, geil. Digga, die sind so gefrustet, die Armen. Oh nein, Digga. Digga, wir wollten nicht. Wir haben nichts zu gelassen zum Schluss, krass. Ja und das war ja dann tatsächlich der Aufstieg in Division 3 Ja nächstes Video geht es dann weiter mit dem hoffentlichen Aufstieg in Division 2 Seid da gerne dabei, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, wir sehen uns dann beim nächsten Video haut rein, bis dann und ciao